NDR aber auch die 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 Christian wir haben ein Skodo hier reingebaut wurden umwerfend ich will endlich den Bein durchschießen ja laufer und strafen lang man kann es ja nerven Prozent was hat Fred in Krupp Kürbensäure bei dir seine Drogen der hat mir seinen Pillen nicht geschluckt oder was ja, Niklas, lass mal jetzt hin Niklas! Ich bin echt Niklas! Ich hab Niklas verloren! Wo ist Niklas hin? Wo ist Niklas hin? Wo ist Niklas hin? Nicht da, wo du willst auf jeden Fall Toi, Körs, ich hab dich abgelenkt Ah, Niklas! Ah, Niklas! Nein, 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 nein Alter, der oft war nicht mit deiner Scheiß um die Stimme Ich hab die lächle Plasma im Kopf Es ist mir scheißegal, dass er das ist immer nicht Maaan! Hier geht nicht auf Wie kann ein Mensch so nerven werden? Es ist dunkel geworden Oh, schwankst du mich zu mir kommen Warte mal, Minecraft wird so dunkel? Tun nicht sogar Monster spawnen im Dunkeln? Oh, bitte sag mir jetzt nicht, es spawnen gleich Monster im Dunkeln Ah, lernt er nicht Was ist los? Fertig, schalte Ey, ich war kaputt Hallo, es geht hier ab Ok, sagen wir mal für die Stimmung Oh! Ja, gut Ups Hast du grad Chris getötet? Ja, ich wollte einfach die auf den Boden werfen Und siehst dann aber Ja, 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 ja Die? Was hast du eigentlich Krott gegen mich? Es sah grad sehr komisch aus, was du da in der Hand hattest Ich hab ne Katze Das sieht mir aus Aha Hi Alter Das war jetzt nicht dein Ernst, Steve, ganz ehrlich Nein Nein Loil Wollte ihn der Pum ins Kaffee Nein, Steve, was ist das? Das ist halt Minus-Punkte von Karp Die Nervensäge ging mir nicht mehr hinterher Ja Merken, die G36C ist gut für den Nahkampf Schön Schön Also haben wir eine neue Sprotschminder Shut up Dann kann es sein, dass wir Flab-Berbels rausgenommen haben Weil ich hab nicht eine gesehen heute Nein, die ist nicht raus genau geworden Die ist noch nicht auf dieser Map Oder die G36C hat sie ersetzt Oder die Katze hat sie ersetzt Einen von beiden Äh, okay Muss ich mal nicht mehr ab Warum Du musst mal dauerhaft a-r drücken, das ist voll ranzig nach der Zeit Nee, geh sind Miau-MIAu-MIAu-Meu-Meu-Meua Mom Machaun 솔dsinn Steve, bitte, halt dein Maul. Steve! Lass mich umbringen, ne? Ich bring dich gleich um, wenn du noch weiter so warst. Na ja, ich müsste noch mal rein schießen. Vorne ist deine Katze, die jetzt aufgebraucht. Oh, was macht denn ruhige Musik? Minecraft Musik. Niklas, du bist beobachtet von deinem Christian. Irgendwie... Hast du auch gesehen, Kevin, oder? Ja, da war grad ein bisschen Suspekt, so wie er dich angeguckt hat. Was ist da denn? Ja, ja, stimmt, ich guck gerne Niklas an. Das ist nicht nur... Ich guck das auch nicht, ich hab noch einen. Ah, okay, ja. Ja, das ist perfekt, das mal. Wer ist auf jeden Fall? Na, ich denke, man kann euch meinen, weil... Oder auch, okay, Niklas kann so. Ja, Kevin. Okay. Ja, ich habe ihn gesehen, von wo, aber einer von euch dran ist. Na, ich kann auch grad erst, bitte. Ja, ich weiß jetzt. Äh... Auf jeden Fall, wir haben das Amaterraso geschossen. Oh Gott, ich weiß aber... Die Frage ist, wer war's denn jetzt? Steffi, bist du eigentlich da hochgekommen, jetzt machen wir jetzt? Dach, so'n Dach. Das ist ein riesiges Haus nebendom. Kann man... Ja, tatsächlich. Aha. Krieg ich die Schrottflinte? Nein. Wow. Tja. Der Kapste halt ein bisschen... Äh, Niklas soll ja wohl getroffen sein? Also warum ist jetzt Niklas irgendwie proven? Oder ist er das gar nicht? Nein, keiner ist wohl geprofen. Nein, keiner ist wohl geprofen. Ich hab nur gesagt, dass Steve das nicht gehört hat, weil ich Steve grad angeguckt habe. Hab das nicht mal gehört. Kevin, bist du von Dachern schuldig gesagt? Hä, ich war noch nicht aufm Dach. Hä? Der verletzt ist für mich jetzt halt Steve. Hä? Ach, du wurdest wohl von dem... LONG! Feuerding? Alter, das... Nee, nee, vom Feuerding würd ich nicht wieder drauf gehen. Das kann ja nicht wirklich sein, weil ihr zwar hatte ich heute... Hier, das heißt, er wurde anders sehen. Ja, was hat Kevin da in der Hand? Na, Katze! Die scheiß Katze, alter! Was hast du jetzt? Was hast du jetzt? Na, euch zwei hab ich grad gesehen, dann kommen Explosionen. Hey, ich war doch auch aufm Dach hier. Nee, das war für nichts. Du warst da hinten. Hä, dann klar war ich hier aufm Dach. Du warst da unten, wo man dich nicht sehen kann. Nee, ich war... Ich war hier! Ja, aber man kann dich nicht sehen, also ich zumindest nicht erzählen. Ja, okay, dann tut mir leid. Ich glaub auch erst... Also ich glaub erst diesmal ein, wenn du das bist. Aber ich bin echt nicht... Kevin, Alter! Ich hab die einfach random geworfen, Mann. Was, du wurdest grad teleportiert? Oder ich hatte einfach nur ein Leck. Du bist einfach runtergefallen. Dann hatte ich einen kurzen Leck, das war komisch. Ich war einfach auf einmal unten. Nee. Ich hab jetzt ein neues Haus besucht. Mir gefällt das dann. Wie kommt die da überhaupt hoch? Ich hab noch immer keinen Weg nach oben gefunden. Das war eine Incendary. Das ist nicht von mir. Also ich hab... Ich hab die random hochgeworfen, tut mir leid. Hier, guck. Jetzt... Jetzt hast du dich auf Christians Ebene bei mir hoch. Ich hör dich du. Okay. Da ist schon die ganze Zeit Incendary drum. Den Einzelnen, den ich traue, ist die. Ich hab... Am Ende... Am Ende ist dein Vertrauen falsch gesetzt. Ach quatsch. Ach quatsch. Ach quatsch. Ach quatsch. Ich kann das hundertprozentig gewesen sein. Den habe ich schon zwei mal in der Situation gesehen, wo was weggeflogen ist. Da kann es nicht sein. Der größer muss doch was auf mich schießen. Du siehst du nämlich aus. No. Ich hab ne Schroffende. Eiii. Alles getroffen Christian. Alter. Wo kommen die alle her? Ich war vor euch in der Villa drinnen, ja? Also bitte. Hilf mich nicht. Ganz ehrlich, wenn der Trader jetzt nicht bald was macht, dann hat er verloren. Ja. Wieso? Der hat doch noch Bonuszeit. Schnell. War ja kein Kills. Gibt's keine Bonuszeit. Ach sie ist das mal in Mr. Witzko, oder? Ja. Wer ist denn da? In welchen kleinen? Du, Kevin. Ja, 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 ja. Okay. Was ist das denn? Was ist das denn? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ah, das Licht aus. Licht aus. Wie haben wir das Licht ausgemacht? Oh ja, relax. Der größte ist gerade in das Haus rein gelaufen, wo man das machen kann. Doch, ne Mengenverdächtig. Na, was ist denn für ein Haus? In das große Weise. Und dadurch bin ich mich letztes Mal auch in diesem Trader rum, um das Licht auszumachen. Wo ist denn der Trader rum? Und da bist du gerade nicht rein gelaufen. Ah, ich bin schon wieder draußen. Ja, hier ist sie. Hä? Okay. Hä? Was ist das denn für eine Logik? Ich glaube, Steve einfach. Na, war denn zuvor jemand in diesem weißen Haus? Overtime. Und fertig. Chris war Traitor. Trader. 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 Ja. Oh, ich hab Karma. Ach, weil ich Niklas einredet habe. Ja. Ja, das... Ja, das... Was tut mir fast? Ja, das ist die Hälfte abgeschaufen. Das tut mir fast leid, aber nur fast. Nein, aber nur fast. Was für eine kleine Ziele hier. What the fuck? Okay. Okay. Okay, das muss... Äh... Okay, das muss... Na, Niklas. Ja, ich geh mal woanders sein. Ja, wenn hier kommst du aus Dach. Ja, wenn hier kommst du aus Dach. Wo... Ach, Leute, geil. Ja, geil. Ja, geil. Okay, das muss ich jetzt nicht. Oh. Oh. Du wolltest Kraut haben. Vielleicht nicht mal schubsen können. Oh, er hat's geschafft. Nein. Und jetzt zu Kevin. Äh... Ja, warte, warte. Aber wenn der runterfällt, ich glaub... Ich glaub... Ich glaub, da stirbt man mich nicht. Obwohl... Ne, könnte man... Vorziehen, da ist jemand... Steve! Ah, fick dich! Niklas! Ich war fiss dich. Hau ab. Wurscht dich. Ich guck dir so. Ich bleib hier. Das ist ja keiner sehen. Das ist ja keiner sehen. Höh... Oh. Jawoll. Ja, war grad so. So, Nicklas, tu jetzt. Du bist dran. Und dann kommt der Traitor und haut uns alle weg. Woher müssen wir denn hin? Ja, auf das Cluster. Ja, auf das Cluster. Geil. Sie fällt grad auf uns gezielt. Das? Ich bin grad hier rumflossen. Danke, ohne Lass dran. Nur mit dir zu streiten. Das schaff ich eh nicht. Ja, tauschen wir die Waffen. Was? Na, aber da hast du nur Schockern. Na komm. Na, das ist nicht gut der Klatsch. Nice. Ich mag Schockern mehr. Jetzt sitzen wir alle hier oben auf dem Dach. Yeah. Smoke one eye. Wo kommt der jetzt schon wieder? Smoke. Okay, Leute, jetzt vertrieben wir auf das Cluster. Smoke. Ah, nicht hubsen. Welches Cluster? Welches? Das da? Da kommt man nicht hin. Puff. Nö. Boom. Ey, ey. Das ist jetzt Kevin. No run. Kevin. Achtung, der steht da. Gleich um die Ecke. Nein. Wuhu. Wie jetzt? Wie jetzt? Wie jetzt? Ich hab dich direkt getroffen. Naja. Doch, ich hab dich getroffen. Ja. Wir kommen in meiner Welt, Kevin. Okay, dieses Twitter ist echt scheiße. Steve, komm mal kurz her. Steve, Steve, bitte. Ah, was willst du? Ne. Wie hast du überhaupt nen Hormonschlag überlebt, Chris? Ich bin da hinten auf dem Dach gelandet. Oh lol. Da hinten auf dem Dach. Da hat er echt fast die raucht, genau. Oh, da hast du getrunst, ey. Auch man, ey. Ich dachte, ich hätte wenigstens zwei gekillt. Nope. Mich hast du zumindest gekillt. Nein. Ach, Schüsse Tifo, ich will mir mal zum Schluss aufheben, weil da stirbt irgendwie nie durch einen Schuss bei mir. Lass mich mit der Shotgun direkt mit deinem Scheiß-Gesicht schiebe. Geschicht. Scheiß-Gesicht. Alter. Scheiß-Gesicht Better. Ausgereicht, also beschaffnim. Oh ja, aber andere sind es nicht, ich, sie sind es nicht schaffen. Bbbbbbbbbbbbbbbbbd. Feuer Explosion Das ist Spaß Oh oh Was ist das nicht? Es regnet Feuer Nein Was denn? Die Feuer Explosion Nein Schaffe ich es aufs rote Ziegelhaus Ja Es ist Kevin Schon wieder Ah Wo ist er? Hier und da und überall Achtung ich habe eine Katze Nein 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 wo? Dort Wo denn? Der Tor Ich krieg nichts mit von diesen Tricks aus Hier Kevin Hier bin ich Hevin 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 Hier Hevin 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 Hezo Mit dem Hevin Hevin Er Was ist das assim? Rücken hallo Niklas heikel Nein du bist Traitor, ich weiß dass du Traitor bist, geh weg Du kannst nicht entkommen muss flichten Scheiße, er ist entkommen ganz im... wer ist beim... beim Metal-Tro Du kannst nicht entkommen, ich weiß er ist entkommen die fährst hinten beim weißen haus wieder diesen kleinen gang erst auf das zum rad du arsch ich hab ihn schon gesehen ich hab ihn weglaufen sehen du hast mir schon noch keine bange dann geht's los der steve in die falsche richtung der nikon sich sehr noch mal nikon und ich habe den zweiten mit lassen ich hatte zum ersten mal hier du hast ein riesiges er auf den kopf ich seh nicht sofort ok warte tschau oh scheiße das wurde natürlich genius erst mal pennen ja chris der gliss hockt auf dem tag ey was beobachtest du ihn sonst guckst du niklas jetzt ist er schon da gar nicht äh ziemlich da gar nicht da da naja das war ziemlich gut ich wollte guck mal kurz ich weiß nicht niklas labert wie ein niklas traiter ja ich glaub das vertraue ich mit grösser was sagt dann stimmt es schon ah klar okay wo zu nützt wird drinnen Kevin ach ja zu nützt es bleibt und allen lassen uns ich breit jetzt kommt er nicht euch mama erwin nein niklas niklas sie gibt dir mir einen verfickten headshot dieser ja mit einem scheiß headshot dauernd hey wo ist denn er gestorben auf dem dach Kevin ich mach ne hapune wahoo ok niemals mit einer kreis anbessieren da gibt's headshot doch niklas noch hinter uns töten ja hat er probiert hat verkackt ja ich wollte meinen bretter blöden er hat versucht ihn zu töten so die dann wo auch damit natürlich nicht der mit niklas ist der meiste ist wie sich die not-go-headshot wer er durfte der meiste wie sich nur er ist ja er er hat sich getötet nach mit einem schuss jungen wo er nicht mit er war schon schön würde ich sagen naja die frage wo es grüßt äh jo hier sind viele Backsteiner also äh alter oh glaub ich glaubst du äh hier liegt meine G36 mit Munition als Scherzmeiter oben oh und er ist tot oh und er ist tot oh war ja nicht schwer den Headshot zu machen ja und würdest du trotzdem nicht hinkriegen aber wenn du dich fünf Sekunden lang einguckst und nicht bewegsam würdest du es schaffen dann würd ich das so gut schaffen ja genau aber ihr macht das ja nicht ooooh mich was wo frierst du sie sind überhaupt jetzt schon wieder gesehen man der sieht alles aus weißt du naja ich will meine Ruhe und meine Scheiße hier machen oder ich war ja ich hab sie die ganze Zeit anvisiert auf einmal ist sie umgekippt guck noch nach rechts seh den Namen noch ganz kurz aufblinken ach scheiße nächstes Mann schaffst du es Christian laufend dich der ganze Zeit mit dem Fang kommt nämlich Steve anvisiert achso ja wir haben ja schon wieder in das Haus geschissen eigentlich sorry Chris ist grad sehr verdächtig gewesen eben der hat grad sehr verdächtig der hat sich auf die Leiter geguckt ich hab nichts gemacht nein ich glaub er hat jetzt eine Wing der hat sich gestupst oh alter der ist der what the fuck ho 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 oh shhh alter ich hab's auch noch oh czy wary niaow niaow ah halt o halt du hast nich was getötet oh no ok ohne ja klar Scheiße, zu witzig Eve möchtest du mir das irgendwie klären? Eve So perfect Schüsse Vielen Dank fürs Zuschauen gewonnen hab ich diesmal Bis zum nächsten Mal, ciao!